so leute und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich weiß es ist lange her dass ich ein letztes video gemacht habe wie ihr vielleicht auch schon im titel sehen könnte ich kann nicht reden wir vielleicht auch schon im titel gesehen habt geht es um meine lange youtube pause und dass ich jetzt wieder mal weg bin ja soviel dazu danke für ein blani den habe ich mit einem halben herz geklatscht lol also wie ihr vielleicht schon im titel gesehen habt geht es um meine youtube pause warum ich jetzt wieder weg bin und solche sachen will ich in diesem kleinen video ansprechen by the way wäre es auch mega korrekt von euch wenn ihr mal den kanal abonnieren könnte da wir jetzt kurz von den 400 abonnenten sind wäre auf jeden fall mega korrekt von euch wir sind glaube ich jetzt bei 376 oder so auf jeden fall habe ich heute mittag auch schon streamen vielleicht vielleicht der ein oder andere von euch mit bekommen hat auf jeden fall will ich in diesem video ansprechen wieso ich so lange weg war der grund dafür dass ich ich hatte jetzt zwei wochen pc verbot davor war ich bei einer oma und ja sowie dazu und dann hatte ich auch noch schulische probleme und so weiter und so fort aber ich es wenn jetzt wieder öfters videos kommen und ich hasse diese boss beim haunewitz es werden auf jeden fall jetzt öfters video kommen ich bin videos kommen ich bin richtig motiviert auf jeden fall ich habe auch schon viele ideen es ich werde zum beispiel ein video machen wegen dem gomme clan was ich euch gleich auch noch zeigen könnte ein video zum discord ich will zum mal wieder ein premiere video machen und so weiter ich weiß noch nicht was ich als premiere machen soll auch zum discord wird auf jeden fall wahrscheinlich noch mal ein video kommen dem könnt ihr gerne jetzt schon in meinem discord da sind wir jetzt schon über 150 member wird auf jeden fall noch mal ein video dazu kommen ich packe euch den link zum discord in die beschreibung auf jeden fall werden jetzt wieder richtig aktiv videos kommen dass ich morgen werde ich wahrscheinlich nicht streamen da ich mittagsschule habe und dann noch ein gast upload machen muss und zwar mache ich morgen einen gast upload für den riko gaming bei ihm könnt ihr riko gaming hd heißt er glaube ich den kenne ich sehr gut mittlerweile und ich soll halt für ihn gast upload machen mehr dazu erfahrt ihr auf seinem kanal den linken aber gerne vorbeischauen mhm ja den werde ich auf jeden fall morgen machen deswegen werde ich es wahrscheinlich morgen nicht schaffen zu streamen ob ein video kommt keine ahnung äh werdet ihr dann sehen und die sind an unseren beiden kurs aber ja gut ne äh ja soviel dazu by the way werde ich auch gleich mal meine stream mods oder so ein bisschen aussortieren da ein paar inaktiv sind also äh ich suche neue stream mods wäre auf jeden fall korrekt wenn ihr im stream aktiv seid und so könnt ihr werdet ihr auch einfach easy stream mods könnt ihr immer in kommentare schreiben und so und auch video ideen und so weiter mhm ja soviel zu dem thema wie gesagt es kommen jetzt wieder aktiv videos äh zum gomme clan so wollte ich gleich noch was sagen das mache ich dann nach der runde und ja wie gesagt äh unterstützt mich wissen fast wenn viel abos oh mein gott das war so knapp ich habe auch noch vor zum beispiel ein highlight video für ml chivas zu machen und so weiter aber auf jeden fall tut es mir leid dass ich drei wochen inaktiv war aber es haben gar nicht mal so viele deabonniert was mich echt verwundert hat ich hoffe es sind jetzt halt noch alle aktiv und so mhm ja ich werde wie gesagt auch wieder öfter streamen heute war ja auch schon streamen und ja soviel auf jeden fall zu dem thema ich spiele jetzt einfach kurz weil ich bock habe ich zurzeit mache ich nur noch kurz richtig fun keine ahnung einfach weil kurz geil ist und entschuldigt wenn ich scheiße bin ich habe drei wochen nicht gezockt ähm ja außerhalb dem stream habe ich sehr lange gezockt aber es ist mittlerweile auch noch ein 3 gegen 4 krass also sollten das eigentlich gewinnen mhm ja wie gesagt morgen mache ich ein gast upload mehr dazu bei ihm auf dem kanal beriko gaming oh mein gott das war auf jeden fall rip wie gesagt schon mit meinem discord genau ich wollte auch noch ein video machen zu einer website wie das kommt dann wahrscheinlich morgen übermorgen keine ahnung warum laufen die denn alle umrüstung rum ist mir irgendwie hä der entzieht sein helm aus ist die wie kommt läuft komplett nackt oh mein was ist denn bei denen los für eine website wollte ich auf jeden fall auch noch ein video machen die womit ihr geld verdienen könnt also schaut da auch mal vorbei so soviel dazu dass ich jetzt nicht mit youtube aufhöre sondern jetzt aktiv weitermache und ja der typ leckt oder bin ich das hilfe oh mein gott bruder muss los finde ich das äh ich hab ein 13 auf ihn jungs also könnt ihr mir nix unterstellen an der stelle mhm ich hoffe diese runde dauert jetzt auch nicht ewig lang ich habe überhaupt keine lust drauf oh mein gott was will alter ich bin so ein stück scheiße geworden was habe ich da gerade gemacht mhm ja soviel wie gesagt dazu wo ist denn der da hinten mhm bums habe ich kommt auch schon der nächste oh den habe ich knapp bekommen muss los mhm ja und zwar kann ich ja zum beispiel schon mal sagen wir haben einen gommel clan erstellt äh den kann ich euch ja gleich nochmal zeigen und dann werde ich dieses alte video da das veraltet ist wo ich ja schon mal gezeigt habe wie man sich bewerben kann werde ich dann äh nochmal hochladen aber ein bisschen überarbeitet denn da sind ein paar sachen die ich vergessen habe zu sagen äh soviel dazu muss los ja danke aber er selbst nicht kommen 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 wir wenn er mich selbst ich baue den mal ganz schnell ab ich hoffe unser team verteidigt unseren core ja ja das sieht gut aus jungs ah fuck er hat halt null auf ne bisschen unlucky mit dem mails aber ja was will man tun ne ja wie gesagt ich hab momentan auch wieder motiviert youtube zu machen es macht mir viel fun zu streamen ja jungs mhm mal schauen was euch so in den nächsten tagen erwartet also daily videos so ja jetzt haben wir auch schon den ersten core und ich hoffe dass es jetzt hier auch langsam zu ende geht denn ich hab absolut keinen bock mehr den core haben wir oder warte mal haben wir den ja na dann müssen wir zum anderen schnell bau ich schnell xp flaschen ab und dann sollte es eigentlich hier zu ende sein ich weiß nicht wie lange dieses video jetzt ist aber ja muss los ich baue mal den core ab er rafft halt absolut nix jungs ich baue mal den core ab ich hoffe dass wir dann gewonnen haben haben wir jetzt ein kleines loch aber ja das sollte ich sogar hinbekommen jungs dann haben wir das auf jeden fall geschafft ab damit war es das dann auch ja 06 2kd ist jetzt nicht die beste ähm ich kann da jetzt hier noch schnell das zeigen und zwar sind wir jetzt 5 leute im clan äh moment erst aber ja ja es wird sich alles noch ändern ja jungs dann würde ich mich mal like und abo freuen da wir auch kurzen die vier abos sind würde ich mich umso mehr freuen ab dem vier abos wird es echt ein krasses special äh da geht dank an äh lunatic spirit und äh THW ja ein gast mit dem discord raus ein krasses special geben was die beiden geplant hat das weiß ich auch nicht was dann kommt äh da lasse ich mich auch mal überraschen äh wie gesagt join dem discord unten in der beschreibung äh like das video und lasst ein abo da und ja ich werde wieder aktiv videos machen und streams btw habe ich meinen kanal äh bisschen aufgeräumt und alle streams gelöscht also ja nicht wundern wenn ihr auf meinen kanal geht und ja lasst ein like und ein abo da und ciao bis zum nächsten mal mal ciao